Na, ich glaub nicht. Das ist Crime.net. Vlad, vier Läden. Ich hab aber wirklich keinen Blödsinn. Wir standen alle in der Zone. Da kam kein Seil runter. Ich weiß nicht, ob wir die Sachen nicht hätten in den Kreis werfen müssen, aber hat auch nicht funktioniert. Und ich habe eine gute Gefühl, dass er einen großen Job auf der Linie hat. Und das ist ein guter Start. Just stay frosty, bis alles aufhäten. Genau, stay frosty. Immer cool bleiben. Stimmt, ich hab wirklich kein Equipment. Kann ich nur mal in den Inventor. Okay, suchen wir uns einen neuen Auftrag. Aber erst gehen wir ins Inventar und checken. Ich brauche Ausrüstung. Noch habe ich keine. Wende einen Fertigkeitspunkt bei Vollstrecker auf, um Munitionsbeutel freizuschalten. Okay. Oh, Munitionsbeutel, da bin ich voll früher. Das heißt, Fertigkeiten, Vollstrecker. Alles noch gesperrt. Drei Fertigkeitspunkte sind verfügbar, vier brauche ich. Müssen wir mal ein bisschen warten. Noch habe ich nichts. Okay. Nächster Auftrag. Nachtclub hatten wir schon mal. Das mit dem Einkaufszentrum habe ich nicht verstanden. Wir standen alle da drin. Nichts ist passiert. Na, nehmen wir den Juwelier. Ah, der war leider nicht mehr da. Fuck. Wen haben wir noch? Haben wir den Bilderrahmen? Das war auch lustig. My old protection business, my fucking stubborn Mudak, one page. Wut, 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 wut. Sollen wir mal raus. Bankroll. Gold. Schließfächer. Näh. Bilderrahmen. Checken wir die Mission mal. Ich brauche unbedingt Ausrüstung. Munitionsbeutel wäre am besten für mich. Ich bin so am Ballern. Das geht gar nicht. Werden wir zum Vollstrecker? Ich liebe das, dass sie echte Schauspieler dahin gepackt haben. Das ist ziemlich cool. Oder einfach nur echte Leute anstatt irgendwie die ganzen Spielfiguren. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an GTA 2. Im Intro. Ich finde sowas sollte zurückkommen. Commander Conker hat es auch vorgemacht. Ich fand es immer richtig genial. Komm schon, wird bereit. Der Auftrag wird richtig schwer. Der Auftrag wird richtig schwer. Und ich habe noch nicht mein Equipment. Könnte nach hinten losgehen. Aber mir lässt das immer noch keine Ruhe. Wo hätte ich mich da am Einkaufszentrum hinbegeben müssen? Oder hätten alle Polizisten tot sein müssen? Ich weiß es nicht so ganz. Oh, der Host geht raus. Schön. Das ist natürlich auch Teil des Spiels. Weiter zum Menü. Immer wieder nett. Man macht ein Spiel auf und schließt das dann ohne Grund. Bevor ich das durchlesen kann. Man glaubt, Schließfächer hatten wir gerade. Hector, Wachhunde. Komm schon, join. Nett, nett. Headcraben. Niemals geht ganz links. Ist auch ziemlich awesome. Komm, go, go, go. Ich kann in meinem Inventar leider nichts fummeln. Ausrüstung. Da brauche ich noch ein bisschen bis dahin. Soll er sich Zeit lassen. Hauptsache, der Auftrag ist ordentlich. Könnte knifflig werden. Okay, der haut ab. Und er ist auch bereit. Wieder im Inventar. Hallo. 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 Schau mal zurück. Sind wir ganz nett. Hallo. Hallo. Mit einem L. Ey, der ist die ganze Zeit im scheiß Inventar und geht dann raus. Ich verstehe die Leute nicht. Ich muss nur einen vernünftigen Auftrag finden. An das Teil des Spiels. Na, na. Kommen wir rein. Ja. 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 Alles klar. Moin. Deutsch. Deutsch ist immer gut. Oh, ist das eine Mission, wo wir nur abhauen müssen? Yo. Holy shit. Was sollen wir dagegen machen? Das Fleisch schützt uns. Geh mir eine Tasche. Nie im Leben. Leben kriegt ihr uns nie. Holy fuck. Deckung suchen bei den Autos. Boah, das ist geil. Entkommen mit der Ware ist auch eine ziemlich geile Mission, anstatt nur die Banken zu überfallen. Nennt, dass die da mitgedacht haben. Du suchst erst nach einem? Ich dachte, ich war schon unterwegs. Hohe Position verschaffen. Ganz wichtig. Warum werfen die alles da hin? Neuer tritt dem Spiel bei. Okay. Okay. Nice. Macht das eigentlich ganz gut. Oh fuck. Swat drückt an. Oh, so eine Sniper wäre auch nicht schlecht. Zwei Minuten. Hoho. Gar nicht lang. Schaffen wir schon. Lustig wäre es, wenn jetzt hier jemand reinkommen würde und einfach das Ding mitnimmt. Die Tasche. Geh drauf. Teamwork. Willst du mehr Coke für mitnehmen? Damit ist garantiert nicht Coca-Cola gemeint. Bist du mehr Asche machen wir? Ich schneide mir einfach mal so eine Tasche. Hoffe, dass der gleich da ist. Geh langsam durch. Hoffen ist die Scheiße. Warum ist der eigentlich hier nach oben getragen, wenn der E mit dem Auto von unten kommt? Ich habe keine Ahnung, von wo der überhaupt kommt. Nie im fucking Leben. Oh, 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 oh. Ich habe mir noch ein paar Treffer kassiert. Nice. Er ist hier. Er ist auf der Straße hinter dir. Auf der Straße. Auf der Straße. Auf der Straße. Wie können wir das durch Fenster pfeffern? All right. Jetzt schiebe die Pfeife in den Auto. Du brauchst mindestens vier Pfeife. Mindestens vier. Wir haben ein bisschen mehr. What the hell? Wir sind ein bisschen unfähig, die da rein zu pfeffern. Das ist eine in. Great. Wir brauchen mindestens drei mehr. Oh. Mein Gott, ich kann die Scheiße nicht werfen. Sauber getroffen. Schaffen wir. Okay. Beute ist schon mal weg, was gar nicht so übel ist. Das gibt so viel Asche, wenn wir das schaffen. Hoho. Fuck die Cops. Wir sind raus hier. Go, 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 go. Was? Holy shit. Wie schnell ging das denn? Wir sind nur direkt hingerannt. Oh, wow. Ich meine, gut, dass er beschossen wird, ist klar, aber... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, wir können uns verbarrikadieren. Nice. Hoffentlich kommen wir auch diesmal rein. Ich bin beim Einkaufszentrum. So, keine Munition mehr. Liegt hier noch Munition? Wer edel. Ich glaube, keiner hat was dabei. Der braucht garantiert auch wieder fünf Minuten. Na, ma, hallo. Konzentration. Der steht da gut. Echt? Wo? Äh, nö. Wir sind dich nicht. Geh mal zu denen. Sicher ist sicher. Oh, der hat einen Hüpfer gemacht. Geh mal zu denen. Hallöchen. Das war klug. Helikopter kommt. Wofür? qué? Achos. bis zum nächsten Mal. Musik Sitzel einvog.